Uniontech bietet Kostensicherheit von Beginn an und setzt ihre Vorstellungen unter Nutzung vielfältiger Technologien um. Kompetenz von der Teilefertigung bis hin zu Baugruppen. Als Systemlieferant bieten wir eine fundierte Beratung sowie ein detailliertes Angebot mit verbindlicher Zeitschiene. Eine umfassende Projektverantwortlichkeit, Serienpreise, die den Kunden unterstützen. Uniontech realisiert und produziert neuartige Produkte, um umfassenden Kundenservice zu bieten. Aus Forschung und Entwicklung gehen hochwertige mechanisch gefertigte und werkzeuggebundene Teile, Spritzgussteile, Elektronik, Software und Baugruppen hervor. Uniontech fertigt anspruchsvolle OEM-Baugruppen für die Großindustrie, durchdachte Komplettlösungen für internationale Kunden weltweit. Es ist made in Germany in Qualität, Leistung und Verlässlichkeit. Uniontech – Partner für Transparenz, auch in komplexen Projekten.